Hey! Hey! Hey!'' Hi Leute, ich bin jetzt erstmal ganz fix hierhin gepäzt zum 11mm Fußball Film Festival. Wir haben auch natürlich einen kleinen Ampelmann dabei und einen Ampelmann Fußball. Da lassen wir es auch alle fein drauf unterschreiben, damit wir eine feine Erinnerung haben. Wir freuen uns drauf. Kannst du gut Fußball spielen? Ja. Und freut euch Abend hier zu sein? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt. Wir haben nur Gutes gehört. Fußball, Film und Freunde und Bier, also was gibt's Schöneres, die Kombination? Ich hoffe, der Film erklärt, wo die Jungs kommen. Fußballfilmfestival ist dann immer eine ganz tolle Gelegenheit, die Seele des Fußballs auch wieder zu entdecken. Und wie viele Tore schon? Acht! Wie viele Tore sind? Du bist ein Dentist, neben dem Trainer zu sein, nicht wahr? Ja. Hast du ihnen zu essen, bevor sie ins Bett gehen? Ja, ich mache das. Das ist mein Geschäft. Ja, ich kenne den Ampelmann, klar. Aber ich gehe immer bei Rot. Ich habe ihn nie gehört. Wenn es kein Auto gibt, kann ich einfach cross. Ich bin ein Fan von diesem schönen Design. Die Firma Ampelmann, die jetzt auch schon einige Jahre bei uns dabei ist und uns großartig unterstützt. Diejenigen, die oben beim Buffet gerade waren, durften schon sehen, dass die nicht nur viele schöne Sachen herstellen, sondern auch ganz gut kochen können im Ampelmann-Restaurant. Ganz herzlichen Dank, Ampelmann. Ampelmann, �.,